Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Was kommt auf uns zu in die kommenden Tagen im Zeitraum zwischen 4. September 2017 und 10. September 2017? Es wird etwas gezeigt. Wir bekommen Informationen und wir sollen genau hinhören oder etwas anschauen, weil das hat eine Bedeutung. Wir bekommen Erkenntnisse und das hat eine Wichtigkeit. Im Arbeitsplatz wird stressig sein. Viele Menschen fühlen sich müde und erschöpft und haben wenig Zeit. Aber diese wenig Zeit sollen sie nützen, etwas zu lesen, ein Buch in Hand zu nehmen oder ein Buch zu kaufen, weil das hat auch eine Bedeutung. Durch diesen Inhalt des Buches bekommen wir auch wichtige Informationen. Das Geld kommt im Fluss. Es sind Gewinnchancen. Es vermehrt sich etwas. Es ist gut gerade investieren. Besonders bei Skorpiongeborenen, bei Fischengeborenen und bei Krebsgeborenen. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Aber jeder Mensch ist einzigartig und jeder Geburtshoroskop ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und das können wir maßgeschnitten anfertigen, wenn jemand Interesse hat, wie verläuft die Woche oder wie wird ein bestimmter Tag verlaufen, die einzelnen Stunden oder das ganze Jahr. Also Sie können gerne einen Zeitraum nennen und ich beschreibe das ganz genau. Und das natürlich aus wissenschaftlichen Methoden. Unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dandera Susanna Medici. Und das ist Dandera Susanna Medici. Und das ist Dandera Susanna Medici. Und das ist Dandera Susanna Medici.